Norddeutscher Rundfunk 2021 Schöne zu spiel Sehr gut gemacht vom Torhüter Eckstoß also Mijat Kacinovic Da ist er klasse rangekommen Ja da war er zur Stelle Sehr gut hingehechtet Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt Luka Jovic Er schirmt den Ball ab Ist das der Anschlusstreffer Frankfurt mit dem Tor Gutes Auge in dieser Situation Er entscheidet auf Vorteil Flanke kommt kurz Und jetzt haben sie es Da ist der Ausgleich Ich liebe dich Objektiv Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.